Die digitale Sprechstunde vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Heute bei mir zu Gast ist eine grüne Dame. Stimmt nicht, sogar genauer gesagt ist es die Chefin, nämlich die Leiterin der grünen Damen und Herren an der Asklepios Klinik St. Georg. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf das Gespräch mit Uschi Kruse. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, was macht man denn als grüne Dame? Sie haben ein grünes Kleid an, passenderweise. Das sehen die Hörerinnen und Hörer nicht, aber es ist so. Nein, wir tragen zwar auch einen mintgrünen Kittel während unserer Besuchszeit und auch im Lotsendienst einfach auch als Erkennung. Im Unterschied zu den weiß gewandelten Ärzten und Ärztinnen. Und unsere Tätigkeit ist eben, sagen wir mal so, Begleitung von Patientinnen und Patienten in einer Zeit, die für diese Menschen nicht einfach sind im Krankenhaus. Und nicht immer hat die Verwandtschaft und die Freunde Zeit, unterstützend bei ihnen zu sein. Wir sind ja auch vielleicht gar nicht in der Stadt, leben woanders, die Entfernung spielt eine Rolle. Dann sind viele doch allein in so einer Situation. Ja, und dieses Alleinsein, das verstärkt sich in dem Moment, wo man tatsächlich im Krankenbett liegt und eben viel Zeit zum Nachdenken hat. Und dann werden die Gedanken auch immer etwas gruseliger und grauer. Und da versuchen wir natürlich ein bisschen Licht reinzubringen. Ein bisschen grün reinzubringen. Wieso heißt es eigentlich die grünen Damen und Herren, habe ich mich gefragt. Kommt das von grün ist die Hoffnung? Man könnte es so bezeichnen. Vielleicht wäre das auch ein guter Ansatz und das ist es auch. Aber auf der anderen Seite war es so, dass die grünen Damen und Herren sind in Amerika, in den Vereinigten Staaten entstanden 1956, also schon sehr lange her. Und die ehemalige, die Gattin des ehemaligen Außenministers Schröder lag dort im Krankenhaus und hat dort Pink Ladies kennengelernt, die diese Tätigkeit macht, die wir heute machen. Und dann kam sie mit dieser wundervollen Idee, dann stolperte sie dann aber im Deutschland der 50er Jahre Pink Ladies. Da hatten dann irgendwelche Leute irgendwelche Fantasien, also ging es nicht. Suchte man sich eine Farbe, die sich parallel vertrug mit den anderen Farben, die im Krankenhaus getragen werden. Und so kam das mit den grünen Damen ja vor allem, aber ich glaube es sind auch ein Herr zumindest, oder? Ja, derzeit haben wir sogar zwei Herren. Es ist eine Domäne für Damen. Es ist eben einfach im sozialen Bereich, im Pflegedienst dominieren eben Frauen und das ist eben auch bei uns in der Gruppe. Aber wir haben zwei Herren, zwei sehr engagierte und wir freuen uns immer gerade, wenn Herren dabei sind, die, wie man heute so schön sagt, eine femininere Seite haben und in diesen sozialen Bereich dann auch eher mal eintauchen. Ja, und vielleicht mit dem einen oder anderen Patienten doch andere Gespräche nochmal führen dann, unter Männern vielleicht. Ja, was auch mitunter gefragt wird, nach dem Motto, ob wir dann nicht für so ein Thema, weil es eben auch spezielle Erkrankungen bei Männern gibt, die dann gerne, wenn mit einem Mann gesprochen hätten. Richtig, wenn es dann auch intim ist. Und das geht dann. Und Sie suchen ja sowieso immer gerne auch nochmal Mitstreiter, da kommen wir später nochmal drauf. Da kann dieser Podcast auch ein kleines bisschen Werbung sicherlich sein. Das wäre schön. Nun haben Sie 2005 gesagt, ich mache das, ich werde grüne Dame. Ja. Was war Ihr Impuls? Salopp gesagt, Dankbarkeit für ein Leben, das bis dahin sehr positiv, sehr erfolgreich war. Und durch eine Freundin, die im Marienkrankenhaus gelegen hatte und dort waren, gab es damals grüne Damen und zu mir sagte, du Uschi, das wäre doch auch was für dich und du hast doch schon so lange überlegt, was du machen könntest. Und da habe ich mich dann informiert, damals noch in der Handelskammer bei der Messe der Ehrenamtlichen und habe dann das Ehepaar, die auch die Gründer der grünen Damen und Herren im St. Georg sind, waren gefragt, ob sie noch jemanden brauchen. Und so ist es dann gekommen. Ich bin also seit 2005 dabei und seit 2008 dort Einsatzleiterin. Haben Sie denn vorher in Ihrem beruflichen Leben auch eine soziale Tätigkeit ausgeübt? Oder wenn Sie auch sagen, Sie waren so glücklich, was haben Sie beruflich vorher gemacht? Ich war, ich habe eigentlich Bankkauffrau, damals noch Bankkauffmann gelernt, aber Bankkauffrau, genau. Und das hat mich aber schlichtweg nicht interessiert, Zahlen sind auch nicht so meins. Also bin ich dann in einen Verlag gegangen und habe in Hannover in einem Verlag im schlitterischen Verlags gearbeitet. Ja, also irgendwo eine ganz andere Branche. Ja. Und dann aber irgendwann gesagt, ich möchte was zurückgeben für das, was ich erlebt habe. Genau. Und nach dieser Zeit und eben auch dieser Äußerung meiner Freundin war das für mich eigentlich relativ klar. Was übernehmen Sie denn für Aufgaben, die Kolleginnen und Kollegen und Sie? Also kann man zu Ihnen auch sagen als Patientin, ich möchte das aktuelle Hamburger Abendblatt haben? Ja, das selbstverständlich, weil, man muss sich das mal so grob vorstellen, wir sind eine Gruppe von zehn grünen Damen, also einschließlich der Herren, der beiden Herren. Und wir sind dreimal in der Woche als grüne Damen im Krankenhaus. Wir haben dabei auch noch zwei Lotsinnen und zwei Lotsen, die aber auch im Besuchsdienst tätig sind. Also das heißt, wir haben einmal die Aufgabe, innerhalb des Krankenhauses beim Empfang zu sein. Das heißt, wenn der Patient, der Besucher dort ins Krankenhaus kommt, im St. Georg, trifft er auf einen grüngewandelten Herrn oder Dame. Ach so, ja. Und so nach der Motto, ich müsste da hin und meistens ist man natürlich ziemlich aufgeregt, wenn man ins Krankenhaus muss, entweder als Patient oder als Besucher, Besucherin. Und wir helfen dann, sagen wir mal so, die ersten Schritte für die Richtung. Das sind dann die Lotsen? Das sind die Lotsen. Also sozusagen durch den Krankenhaus-Dschungel, wenn man so will. Genau. Die Damen und Herren des Besuchsdienstes sind mehr in dem Bereich Zuhören, Gespräche führen, kleine Einkäufe. Das heißt also, Zuhören ist oftmals, weil der Patient oft mit fremden Menschen eher mal über seine Ängste und seine Nöte vielleicht auch vor einer OP oder insgesamt spricht, als vor den Freunden und der Familie. Das andere ist, dass wir eben uns, wir auch anbieten, ob wir Kleinigkeiten besorgen können. Also ob es das Hamburger Abendblatt ist, ob es irgendwie die Telefonkarte ist oder, oder, oder. Wir machen auch kleine Wege. Wir haben ja bei uns in der Nähe ein Lebensmittelgeschäft, zu dem wir auch schon mal gehen. Was wird denn da schon mal gewünscht? Ein Eis, wenn es heiß ist? Ein Hering-Salat. Ah ja. Schon mal leckere Sachen, nicht? Also ich meine, wenn ich vier Wochen im Krankenhaus liege, da habe ich schon Albträume. Kann man, hat man Verständnis. Hat man Albträume zum Thema Essen. Ja, ja. Ja, und das ist aber, ich sage mal, das Augenmerk ist schon das Gespräch, wo wir versuchen auch den Patienten wahrzunehmen, dass er das Gefühl wahrgenommen zu werden hat. Ja, nicht immer diese, die Schwestern und Pflegern und Ärzte haben sehr viel Aufgaben und haben sehr viel zu tun, aber wir nehmen uns einfach die Zeit. Ich glaube, Sie haben auch einen ganz schönen Ansteck-Button, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, da steht drauf, mein Geschenk Zeit. Ja, mein Geschenk Zeit und den habe ich mal vor zig Jahren etwas ähnliches, textlich ähnliches gesehen. Ich überlege jetzt gerade, fällt mir aber natürlich nicht ein, aber egal. Und da hatte ich dann diese Idee, so als Aufmerksamkeit, so nach dem Motto, man sieht das so, wir tragen die alle an unseren Kitteln und wenn man so durch die Gegend geht, so ein Button ist dann immer schon mal so ein Eye-Catcher und dann wird auch gefragt. Genau. Und ist das dann so, dass dann, wenn man vielleicht ein Gespräch geführt hat, dass man in der Woche darauf dann wieder ein Gespräch, also dass sich das so ein bisschen etabliert? Also es ist, wir haben vor Jahren, haben wir damit begonnen, dass die grünen Damen und Herren, die die Tage im Hause sind, immer die gleichen Stationen haben, um eben auch solche Situationen wie ein langwieriger oder ein Patient, der längere Zeit dort liegen muss, hat dann auch immer die Ansprechpartnerin dann im Donnerstag oder im Mittwoch oder im Montag und so weiter. Und das schafft natürlich auch mehr Vertrauen. Und mehr Nähe. Sie haben gesagt, dreimal in der Woche. An welchen Tagen sind Sie da und von wann bis wann? Dreimal in der Woche. Dreimal. Sind das feste Tage oder variiert das dann? Also jeder von uns hat seine festen Tage und wir sind derzeit zehn Damen und Herren, wie gesagt. Die meisten kommen zweimal die Woche. Also ich komme dreimal. Das liegt ja an meinem Einsatz. Als Einsatzleiterin habe ich auch noch andere administrative Dinge zu tun und deswegen bin ich auch dreimal da. Okay, aber in der Regel sind die dann zweimal da, die Kolleginnen und Kollegen. Und für welchen Zeitraum dann? Für wie viele Stunden sind die da? Ja, sagen wir mal so zwischen halb neun und halb eins sind wir im Krankenhaus. Denn jeder hat so auch so seinen Ablauf, wie er sich unterhält, wie er mit dem Patienten spricht. Es gibt da kein zeitliches Limit oder eine Einschränkung. Wir gehen alle so zwischen elf und halb zwölf essen. In der Phase und in der Zeit treffen wir uns dann in der Kantine. Das kann auch dann bis halb eins, weil die einen kommen später, die anderen müssen noch einkaufen. Also es ist, sagen wir mal, um mit den grünen Damen zu sprechen, der Tag, den ich mich da gemeldet habe, dort arbeiten zu wollen, da nehme ich mir dann den Vormittag eben als grüne Damen die Zeit, dort zu sein. Ja, und Sie suchen noch Mitstreiter? Sind Sie offen für Menschen, die sich engagieren? Also wir sind immer interessiert an Interessentinnen und Interessenten zu uns zu kommen. Es gibt immer die Phase, es gibt das Gespräch, dann gibt es die Einarbeitungszeit, wo die Dame oder der Herr schon mal damit konfrontiert wird, was passieren kann, wie so ein Ablauf ist. Denn ein Krankenhaus ist also nicht nur der Hort der Genesung, es verbleiben auch einfach Menschen dort und das muss man sich immer sagen, dass es nicht einfach ist, dort zu arbeiten. Das kann wahrscheinlich auch jeder. Man sieht viel, man ist konfrontiert mit der eigenen Endlichkeit. Das kann sicherlich dann auch nicht jeder gut ertragen. Und ich habe gelesen, glaube ich, in einem Interview mit Ihnen auch, dass Sie sagen, was nicht geht, ist, dass man Ehrenamtliche hat, die sich selbst therapieren wollen durch die Tätigkeit oder vielleicht eigene Themen haben und das wird nicht funktionieren. Ja, es geht bei diesem Besuchsdienst geht es nicht um einen Monolog der grünen Damen, sondern möglichst eine Frage, die wir stellen, also nicht diesen, wie geht es Ihnen heute, sondern einen Satz, wo man mit ins Gespräch kommen kann. Da hilft immer, sagen wir, der Blick auf diesen kleinen Beistelltisch, da ist ein Bild von Kindern, da ist ein Bild von einem Hund oder von einem Segelboot, dass man darauf Bezug nimmt, um irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und dann aber vor allem zuhört. Ja, man möchte, dass der Patient spricht, weil ich habe, dass in diesen Jahren, die ich dabei bin, nun mittlerweile Ende des Jahres, Anfang der kommenden 20 Jahre, habe ich festgestellt, dass diese Gespräche und dieses Losgelöstsein in diesen Gesprächen mit uns, ich will es nicht überstrapazieren, aber doch eine heilsame Wirkung hat, weil es die Seele befreit. Man ist, die ganzen Gedanken, die können mit uns über alles reden, das ist uns ja auch alles, es ist für uns alles wichtig, was gesagt wird. Und der Patient, wenn wir ihn dann da, oder natürlich die Patientin, wenn wir damit helfen konnten, dass es ihm besser geht, dass er sich wohler fühlt, dass er etwas entspannter ist, dann haben wir das Ziel dessen, warum wir grüne Damen und Herren sind, schon erreicht. Das haben Sie schön gesagt. Haben Sie ein besonders schönes Erlebnis, das Sie mit uns teilen können? Ja, das schöne Erlebnis ist, das ist schon ötliche Jahre her, da bin ich, ich bin also mehr im Administrativen jetzt, also da war ich noch viel im Berufs-, im Besuchsdienst, und jedenfalls traf ich auf der Straße, kam ein älterer Herbst, und ja, guten Tag Frau Kruse, ja, ja, ach, wissen Sie noch, ich lag doch so lange im Krankenhaus bei Ihnen im St. Georg, und da waren Sie immer, und wir haben uns so nett unterhalten. Und das, dieser Mensch, also dieses, diese Gespräche mit mir doch, mit dem Wiedersehen mit mir doch so begeisternd und so fröhlich, wie er daherkam, war schon die Freude an sich, das Nachhaltige, dieses schöne deutsche neue Wort, dass es eben doch etwas bewirkt, dass wir in Erinnerung bleiben. Und das ist eigentlich immer, wenn man im Nachhinein feststellt, dass die Menschen glücklich und zufrieden sind, dass es uns gibt und dass wir da sind. Das motiviert ja sicherlich auch, wenn man diese Dankbarkeit auch erfährt. Ja, ich möchte natürlich nicht verhehlen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass jedes Mal, wenn wir an der Tür klopfen und dann öffnen und uns vorstellen, dass die dann alle sagen, oh, wie schön, dass es sie gibt. Es gibt dann auch so ein paar, es passiert immer, die dann einfach sagen, ich brauche es nicht, ich möchte es nicht oder uns anknurren oder meine Familie oder meine Frau kommt, dann ist das für uns natürlich völlig legitim. Und dann gehen wir wieder. Es ist ein Angebot, der Ton macht allerdings dann auch die Musik. Ja, ja, gut. Wir sagen dann immer oder wir sagen uns dann immer, okay, das ist ein Patient, das ist ein kranker Mensch und der muffelt jetzt eben so rum und dann ist das in diesem Fall auch mal so gerechtfertigt und da müffeln wir nicht zurück, sondern sagen, okay, alles Gute und tschüss. Wie arbeiten Sie denn mit den Ärzten zusammen, mit den Pflegern? Also das ist ein, ja, wir melden uns hier auf der Station an, wenn wir zu unserer Station kommen und sagen, so, wir sind jetzt da und erfragen natürlich auch in diesem guten Morgen sagen, wo dürfen wir denn nicht rein? Es gibt ja immer so Patientenzimmer, in die wir nicht rein, diverse Gründe, ansteckende Krankheit, irgendetwas, wir hatten auch irgendwann, war mal Ebola, dann war mal dieses, dann war mal, also wo auch ganze Stationen für uns gesperrt sind. Also das bekommen wir immer im Stationsbüro der Schwestern gesagt und da müssen wir uns nachrichten. Ja, klar. Und was würden Sie nochmal sagen, welche Fähigkeiten braucht es eben als Ehrenamtlicher, als Ehrenamtlicher? Man muss eben zuhören können, empathisch sein. Was würden Sie sagen, Zeit braucht man natürlich auch. Ja, Zeit ist natürlich, man muss sich einfach sagen, okay, ich gehe Montag oder Donnerstag oder beide Tage zu den grünen Damen, dann ist dieser Montag, Donnerstag, Vormittag für mich, für die grünen Damen da und das ist fest. Das ist fix, weil ich, die ich den Einsatzplan erstelle, wer wann zu welchen Stationen geht, die Stationen sich ja auch darauf verlassen, dass sie kommen, dass wir kommen. Und das ist so ein Gentleman Agreement und da bin ich, also außer eigener Krankheit und Urlaub sind wir auch immer zuverlässig da. Und wie ist so der Altersschnitt von den grünen Damen und Herren? Sind es auch jüngere Hamburger, die sich engagieren, die vielleicht sagen, ich arbeite nur vier Tage in meinem anderen Beruf und an dem einen Tag engagiere ich mich? Jetzt habe ich eine Dame seit einiger Zeit, bei der trifft das zu, die nebenbei also noch arbeitet, aber eben auch dieses Ehrenamt für einen Tag macht. Und der Grund ist, oder sagen wir mal, es ist besser, ich bin in Rente, weil ich hatte es schon verschiedentlich, dass jemand sagte, okay, ich mache das und so, auch gern nebenbei oder am Wochenende, ach was, der Kuckuck war. Und das hat alles nicht funktioniert. Es ist, also die Struktur, die wir aufgebaut haben und hinter der ich auch sehr her bin, dass sie eingehalten werden, ja, es ist ja kein lockerer menschlicher Haufen, der durch die Gegend sagt und ich klopfe mal an irgendein Patientenzimmer, sondern es muss schon strukturiert sein in der Zuverlässigkeit und in der Verpflichtung den Patienten und den Ärzten und Pflegern gegenüber. Und deswegen ist eben auch Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und natürlich ein hohes Maß an Empathie, gutes Zuhören und ja, ein selbst sehr entspanntes Auftreten. Das haben Sie schön zusammengefasst. Schön, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben über die grünen Damen und Herren und deren Aufgabe. Vielleicht zu Ihnen selbst nochmal zum Schluss. Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind und die Dienstpläne erstellen und administrative Aufgaben erfüllen? Also ich habe einen Schrebergarten. Man sollte es nicht glauben, das haben mir früher, hätten mir Freunde das nie zugemutet, aber ich habe seit etlichen Jahren zusammen mit einer Freundin einen Schrebergarten. Da müsstest du auch Dienstpläne erstellen, wer ein Unkraut jätet oder wie ist das? Ja, es macht einfach Spaß und Sie werden es nicht glauben, es war während Corona-Zeit der Hort des Friedens und des wirklich rausgehen Könns. Ich habe es nie so geliebt in den Schrebergarten wie zu dieser Zeit. Und dann betreue ich noch zwei Hunde einmal in der Woche, wenn ich nicht bei den grünen Damen bin und fahre mit denen in den Wald von Freunden. Also man muss sich keine Sorgen machen, Ihnen wird nicht langweilig, den Eindruck hat. Nein, nein. Also ich muss dazu sagen, ich kann aber auch sehr gut und einen gepflegten Müßiggang nachgehen. Ich lese gern und ich, ja. Sie wirken entspannt und ja, vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie so wunderbar uns ein bisschen da durchgeführt haben, was die grünen Damen tolles leisten und die Herren natürlich auch. Und die Herren auch. Und die Herren auch. Wollen wir nicht unterschlagen. Vielen Dank und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.